Wenn du dich für Faszientraining interessierst und auf der Suche bist nach einer nachhaltigen Alternative zu Polyethylenprodukten, dann stelle ich dir jetzt die Produkte von Arts Vitality aus dem Material Kork vor. Anders als andere künstlich hergestellte Materialien ist Kork frei von Formaldehyden, Schwermetallen und Lösungsmitteln. Kork ist antibakteriell und super zu reinigen. Ein echter Alleskönner. Ja, Kork ist zu 100% recycelbar. Es entspricht unseren Anforderungen, Verantwortung für Menschen und Umwelt zu übernehmen. Wir möchten unseren Kunden Produkte zur Verfügung stellen, mit denen sie gesundheitsbewusst leben und trainieren können. Der von uns verwendete Kork stammt aus Portugal. Eine Kork-Eiche wird 20 Jahre alt, bevor das erste Mal Kork geerntet wird. Der Baum wird dabei nicht gefällt. Ich war dort und habe absolut faire Arbeitsbedingungen vorgefunden. Wir übernehmen diese Verantwortung und auch du kannst dein Training und die von dir verwendeten Produkte jetzt auf nachhaltig umstellen. Wir bieten dir dafür unterschiedliche Alternativen, zum Beispiel Faszienprodukte aus deutschem Buchenholz oder Yoga-Produkte aus portugiesischem Kork. Schau dir dazu weitere Filme von uns an, abonniere unseren Kanal, hinterlasse sehr gerne Kommentare. Wir freuen uns, wenn du mitmachst.